Was ist Nahrungsergänzungsmittel? Nahrungsergänzungsmittel sind mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung geworden, da leider in den Lebensmitteln durch allerlei Umwelteinflüsse immer weniger wichtige, überlebenswichtige Nährstoffe vorhanden sind. Unsere Nahrungsergänzungsmittel sind alle auf dem allerhöchsten Niveau der Qualität. Beginnen möchte ich gerne mit Omega-Komplex. Omega-Komplex ist ein Komplex an Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren, die in einem optimalen Verhältnis zueinander stehen. Hinzugefügt wurde SOD, die Superoxid-Dismutase, um von innen unsere Zellen zu stärken vor Oxidation, vor oxidativem Stress, vor reaktivem Sauerstoff, den die Superoxid-Dismutase bindet und in Wasser und Sauerstoff umwandelt. Die Superoxid-Dismutase ist nicht nur ein hervorragender Antioxidant, ein hervorragender Zellschutz, sondern es ist ebenfalls ein wesentlicher Schutzfaktor für unsere Öle in diesem Komplex. Zuerst möchte ich die pflanzlichen Öle erwähnen, unter anderem das Nachtkerzenöl. Das Nachtkerzenöl hat eine sehr hohe Konzentration an Omega-6-Fettsäuren, die äußerst essentiell sind für unseren Körper, die in unserem Körper in Gamma-Linolen-Säure umgewandelt werden. Diese wiederum sind entzündungshemmend, unterstützen Nervenreizleitungen in unserem Gehirn und können sogar den Blutdruck senkend unterstützen. Wir haben auch Fischöl und Öl aus Mikroalgen genommen, denn die sind sehr reich an Eicosapentathensäure, kurz EPA, und Docosahexaensäure, DHA. Diese beiden Säuren unterstützen die Gehirnfunktion, das Immunsystem, wirken sich auf den Blutdruck aus und können sogar Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen mildern. Hinzu kommt noch, dass das Öl aus Mikroalgen auch sehr reich an Chlorophyll ist. Und Chlorophyll ist sozusagen das Blut der Pflanzen und unterstützt unseren Stoffwechselprozess in eine weitere Form zu kommen, um zum Beispiel die Fettverbrennungsprozesse anzuregen. Leinöl hat wiederum eine sehr hohe Konzentration an der essentiellen Linolensäure, aus der wiederum unser Körper selber DHA und EPA bilden kann, was wiederum zu besseren Gehirnleistungen führen kann und zu einer besseren Stimmung grundsätzlich im Leben. Allgemein gesagt, Omega-Fettsäuren helfen auch unserem Stoffwechsel in Stoffwechselprozessen. Das bedeutet, wir können sogar mit einer dementsprechenden Ernährung und sportlicher Aktivität unserem Körper helfen, unsere Fettdepots auch von innen her zu reduzieren. Leinöl hat außerdem auch noch eine sehr hohe Konzentration an Vitamin E, welches ebenfalls, genauso wie SOD, ein sehr starkes Antioxidant ist. Dieses Öl ist empfehlenswert für alle Menschen, denn die genügend Omega-Fettsäuren schaffen wir leider nicht mehr durch die Ernährung zu gelangen, denn wir essen viel zu wenig Fisch, in denen vor allem Omega-6 und 9 vorhanden sind, aber wir können auch durch die pflanzliche Nahrung auch nicht genügend Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Ein weiteres Supplement ist Cholaceina. Cholaceina ist eine Mischung aus zwei verschiedenen Kapselarten, die wir haben. Die eine Art besteht aus Lactoferin, Lysozym sowie Kolostrum. Die zweite Kapsel ist aus lebendigen Bakterienkulturen und Präbiotika. Lactoferin ist ein Teil unseres angeborenen Immunsystems. Es hat eisenbindende Eigenschaften und fördert das Wachstum und die Differenzierung der Lymphozyten. Zusammen mit Lysozym oder Muramidase, welches auch ein Protein des angeborenen Immunsystems ist, also ein Antikörper, hat es sehr starke antibakterielle Wirkung, denn Lysozym und Lactoferin ergänzen sich in ihren Eigenschaften. Kolostrum ist das größte Geschenk, das eine Mutter ihrem Neugeborenen schenken kann. Kolostrum ist die Immunspritze fürs gesamte Leben. Es hat über 250 chemische Verbindungen, die für das Wachstum und Stärkung unseres Immunsystems verantwortlich sind. Es ist sozusagen die Rückkehr zur Quelle des Lebens. Und Kolostrum gemeinsam mit den lebendigen Bakterienkulturen bildet ein Konglomerat an einer optimalen Versorgung unseres Immunsystems. Denn die lebendigen Bakterienkulturen verhelfen unserem Darm zu einer optimalen Darmflora. Und wenn unsere Darmflora gut funktioniert und intakt ist, kann das Immunsystem noch bessere Arbeit leisten. Zur Anwendung ist anzumerken, dass beide Kapselarten dringend mindestens in einem vierstündigen Abstand eingenommen werden sollen. Denn so können die Nährstoffe und die Fähigkeiten besser in unserem Körper aktiviert werden. Das letzte Nahrungsergänzungsmittel ist Kolamid. Kolamid ist quasi die einfachste Art der Nahrungsergänzungsmittel und gleichzeitig auch eine der ältesten Nahrungsergänzungsmittel. Denn Kolamid besteht zu einem wesentlichen Teil aus Fischgrätenmehl. Und Fischgrätenmehl wurde schon seit Jahrhunderten auch zur Stärkung des Immunsystems von nordischen Völkern angewandt. Außerdem ist Fischgrätenmehl sehr reich an Kalzium und Phosphor und anderer zahlreicher Mineralstoffe. Unser Fischgrätenmehl ist ausschließlich aus Süßwasserfischen, denn sie haben die beste Qualität und so kann man auch gewährleisten, dass auch die Reinheit des Fischgrätenmehls vorhanden ist. Dazu kommt noch, dass Kalzium und Phosphor die wesentlichen Bestandteile unseres Knochen- und Knorpelsystems sind und den Aufbau der Knochensubstanz fördern. Deshalb ist sogar Kolamid für heranwachsende Kinder sehr wichtig, damit sie optimal mit Kalzium und Phosphor versorgt werden, um im Alter ein ausgesprochen gutes, ausgebildetes Skelettsystem zu bekommen. Ganz wichtig ist, wenn man die Knochen stärken möchte, Sport zu betreiben. Es muss nichts Anstrengendes sein, aber eine sportliche Betätigung, damit das Kalzium in unsere Knochen besser eingelagert werden kann. Zur Unterstützung noch der Absorption von Kalzium und Phosphor haben wir Vitamin D3 hinzugefügt. Dieses Vitamin D3 wird aus dem Linolen der Schafwolle gewonnen und hat eine Absorptionsrate für unseren Körper von 70%. Es ist ein absolut natürliches Mittel und ein absolut natürlicher Wirkstoff, der auch zur Immunabwehr beiträgt, der Stoffwechselprozesse anregt, der diverse Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einer Präventivmaßnahme unterstützen kann. Das heißt, unterstützend wirkt, damit unser Herz, unser Kreislaufsystem, unser Gefäßsystem optimal arbeiten kann. Vitamin D3 ist, wie auch sehr bekannt ist, ein Vitamin, wenn es zu einem Mangel kommt, dass Rachitis entsteht. Vitamin K2, das wir aus der Gärung der Sojabohne gewinnen, ist verantwortlich, dass Kalzium aus unserem Gefäßsystem entnommen wird, aus unserem Bindegewebe herausgenommen wird und in den Knochen wieder eingelagert wird. Das bedeutet, Vitamin K2 ist ein hervorragendes Mittel, um Verkalkungen vorzubeugen. Baby Care ist eine neue Linie, die wir speziell für unsere kleinsten, für unsere schutzbedürftigsten Personen unseres Lebens entwickelt haben. Babys benötigen nicht nur unsere elterliche Liebe und unseren elterlichen Schutz, sondern sie benötigen auch einen Schutz vor äußeren Faktoren, vor Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, vor Umweltfaktoren. So beginnen wir unsere spezielle Pflegelinie für Babys und für Kleinkinder mit einem wichtigen Teil unserer Philosophie, und zwar der Reinigung. Wir haben ein fantastisches Kinderwaschgel entwickelt, auf Jojoba-Ölbasis und mit Aloe Vera-Extrakt. Es schützt die Haut hervorragend der Neugeborenen, es schmiegt sich direkt an und dadurch, dass es keine Tenside beinhaltet, macht es auch nichts, wenn einmal ein bisschen dieses Waschgels in die Augen kommt. Es wird ihren Kleinen nicht brennen. Home Care ist die letzte Linie, die ich erwähnen möchte. Home Care ist eine Linie, die wir zur Pflege unseres Heims entwickelt haben. Wir möchten ja schließlich, dass nicht nur wir mit der äußeren Pflege der Produkte, der Cremen, des Kollagens schön sind und zusätzlich durch Nahrungsergänzungen unsere Zellen von innen her stärken, sondern wir möchten auch unsere gesamte Wohnung sauber halten können, auf absolut natürliche Weise. Ohne Tenside, mit natürlichem Wirkstoff, und zwar unsere Bitterorange. Die Bitterorange hat sehr hohe antibakterielle Eigenschaften, die natürlich in der Pflege unseres Hauses ganz wichtig sind. So haben wir allgemein gesagt, für alle etwas mit dabei in unseren allen Linien. Wir haben von den Kleinsten, von den Babys bis hin zu unserer Wohnung, können alle etwas davon profitieren, von unseren natürlichen Produkten, die wir ganz besonders mit Wissenschaftlern entwickelt haben, um ihnen eine wohlige Atmosphäre zu bereiten. Vielen Dank.